willkommen zurück ich habe wieder unboxing und zwar habe ich mehr jungfrauen küssen besser ganz seltener film kenne ich noch von damals 90er jahre dann haben wir den neuen screen teil den teil 5 der ist richtig richtig geil topfilm ich kenne nämlich schon und forrest gump kennt auch jeder habe ich auch auf dvd ein ganz so guter film auch sehr lang über zwei stunden ist es ja super film ich habe zurzeit wenn ich eine schlechte stimme weil ich ich mir also ich habe total rakenentzündung ganze ganze starke minute schlucken mir schlecht zumeist trocken ist aber nicht schlecht und jo aber trotzdem mal das unboxing jo richtig geil ich hätte noch zeit wo ich muss weniger reden also bei mir geht gar nichts ich habe etwas eingefangen ich habe eis gegessen vor badang zwei eis gegessen so wasser ist ich bin auch sehr empfindlich wenn es um heiß geht ja und das war es gern das war es eigentlich jo und und wie es mir zurzeit geht ist unser link von heute ein video wie die lage steht zurzeit und jo haut rein bleibt gesund und so wie ich jo und schönes wochenende jo wir sehen uns demnächst hoffentlich wieder ja